Alles Drama. Danach drei Texte, drei Lieder auf Texte, auf Psalmen. Der Choral, Volklieg Choral, breite deinen Flügel aus, du findest Schutz. In der Kirche, lot in doubt, day by day, jeden Tag fühle ich mich sicher bei dir. Und dann eine absolute Rarität, mutter gut, ein grönländisches Weihnachtslied, Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, von einem grönländischen Komponisten, auch auf einem Bibelfers, großer Herr, und das Nationallied, das nationale Weihnachtslied in Grönland. Und bei den drei Liedern merkt man dann, dass in Ländern, in denen Holz mangelbarer ist, viel mehr gesungen wird. Weil, Sie müssen sich ja überlegen, je weiter nach Norden Sie kommen, desto weniger Tonholz haben Sie, was Sie verbauen können. Also macht man Instrumente aus dem, was man hat, und das erste ist die Stimme. Deswegen gibt es unglaublich viel Gesangsmusik, je weiter Sie nach Norden kommen. Es gibt eine riesige Tradition von Chormusik in Grönland zum Beispiel. Also drei traurig klingende Lieder mit verschiedenen Texten und dreimal kirchliche Lieder, wovon das letzte ein Weihnachtslied ist. Chormusik in Grönland zum Beispiel 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 Chormusik in Grönland zum Beispiel